Herzlich Willkommen zurück zum Kerbel Space Center. Heute wollen wir uns endlich das Science von der Space Station holen. So, wir haben nämlich vor, ich glaube, zwei Folgen, ups, falsch, vor zwei Folgen eine Space Station zu Forschungszwecken nach oben geschossen und die soll jetzt dran glauben, beziehungsweise da wollen wir jetzt endlich mal Rendite rausholen. Und dann dachte ich mir, bevor wir endgültig in die Tiefen des Altsforst stoßen und Körbinnen und seinen Mond verlassen, ist es soweit, holen wir uns mal unser saftiges Fleisch. Also, was wir hier haben, ist ein Research Lab mit Janine da drin. Und dann haben wir uns schon mal ein bisschen umgeguckt. Ziemlich geiles Interieur, sagen wir mal so. Und was die produziert, ist hier oben die Eurekas. Die Mondmission letztens hat so lange gedauert, dass wir 32 Eurekas gemacht haben von 50. Und den Rest werden wir mal ein bisschen zeitbeschleunigend, ähm, sagen wir mal herzaubern. So, wie ihr seht, es geht relativ langsam. Hm. Naja, außer wir beschleunigen nochmal. Wow, 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 da wird einem ja, Moment, gehen wir mal auf die Map, sonst wird einem ja hier übel. So, haben wir noch genug Essen? Oh ja, wir haben ja 4.500 Essen eingestopft. So, okay, hier haben wir die Eurekas angezeigt. Okay, und sie sind voll. So, jetzt schauen wir mal. Äh, es ist Tag, es ist Nacht. Warten wir, bis Tag ist. Okay. So, jetzt schauen wir mal, was wir die ganzen Dinger hier mal losbekommen. Dazu haben wir hier das Heat Shield. Wenn wir hier Jettison drücken, was passiert dann? Mal gucken. Also, Jettison. Es passiert gar nichts. Okay, auch gut. Dann machen wir es so. Moin, haben wir da oben noch überhaupt Fuel drin? Ja. Die Kappe. Oh ja. Wie? Hoppla. Wie, bevor finalized. Nein, 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 nein. Wir wollen das schon finalisieren. Okay, nochmal, jetzt haben wir nochmal angedockt. Jetzt ab. Also, hier mal Research läuft. Ach, finalized result. Ah, da muss man was rausdrücken. So. Okay. 60 Signs insgesamt. Machen wir mal das hier auf. Plant. Das keepen wir mal. Mal schauen, was passiert. Also gut, noch einmal. Okay. Stopp Research. Okay. So. Ah, es ist gut. Nein. Äh, hier. Undock. So, jetzt. Switchen wir hier rüber. Okay. Dann müssen wir mal sehen. Das Problem ist, wir müssen es von hier kontrollieren. Ah, tun wir jetzt. Dann regeln wir das auf Gegenorbit. Wir wollen aber eigentlich nicht so wirklich bei Nacht landen, oder? Na ja, guck mal. So. Tup, 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 tup. Das ist ja ein kleiner, süßer Antrieb. Aber es es wirkt. Wie weit wollen wir runter? Nicht übertreiben, oder? Wir wollen schön flach reinkommen. Nein. So, das reicht. Okay. So. Und jetzt müssen wir entgegen der Richtung so laufen, genau. Weil unser Hitzeschild ist praktisch vorne. Wir müssen also mit der Nase zuerst. Dass wir das nicht jettison können, ist mir jetzt ein bisschen komisch, aber whatever. So. Los, 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 los. Okay. Nein, 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 nein. Die, ich hab keinen Electric Charge. Mmh. Kommt, das wird sich schon drehen. Kommt, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Jetzt. So. Das ist das Problem mit den festen Solarpanelen. Die müssen immer Richtung Sonne zeigen. Sonst haben wir ein Problem. Drehen wir uns mal ein bisschen diagonal. Okay. So. Hitzschild zuerst. Gut. Dann wird's Zeit für den Wiedereintritt. Oh. Füßchen haben wir keine. Dafür haben wir zwei Fallschirme. Ein Dockingport und ein Hitzschild. Die sollten das Größte abhalten. Meint ihr nicht? So. Ähm. Es wäre super, wenn wir den Hitzschild zuerst in die Atmosphäre tanken würden. Ne? Der verliert doch ein bisschen. doch ein bisschen Hitzestau-Dinger. Wir kommen auch ziemlich heiß rein. Also wir haben hier War ich zu gierig? Vielleicht ein bisschen. Also gut. Im Vergleich zur Surface haben wir 2100. Wie gesagt, bei 1300 sind wir safe. Erwartungsgemäß. Schauen wir mal. Dann schießen wir da mal ein bisschen rein. Vielleicht ein bisschen die Nase heben. wir kommen mal wieder im Wasser an. Ich weiß nicht, wie ich es konstant schaffe, das Wasser zu treffen, aber was soll's. Wir haben noch deutlich Fuel dabei. Es war irgendwie viel zu wenig Fuel. Ich habe drei Liter verbraucht. Zweieinhalb eigentlich nur. So. Wie sieht, was sagt das? Heat Shield? Äh, die haben doch halt ein bisschen was verbraucht. Ich glaube, fünf Einheiten Heat Shield. Oh! Halt, 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 halt. Nein, nein, nein. Böse, böse, böse. Nein, nein. Okay, macht das SIS aus. Jetzt verbraucht sich mal ein Electric Charge. Das ist nämlich das Problem. Wenn wir mit der Engine zuerst eintunken, kriegen wir keine Sonne auf unsere Solarpaneele. Entsprechend müssen wir ein Auge auf dem Electric Charge haben. Wenn das ausgeht, können wir die Fallschirme nicht öffnen. Schlecht. Wenn im schlimmsten Fall zünde ich die Engine und produziere damit ein bisschen Electric Charge. Kein großes Drama. Okay. So, Fallschirme gestaged. Komm, ein bisschen Wasser an. Kein Rahmen. Alles gut. So. Okay. Also. SAS. An. Komm, wir drehen uns mal nach unten. Oh, das mit dem Drehen ist gerade nicht. Okay. Also, Fallschirme. Fallschirme? Ah ja, okay. Fallschirme sind offen. Wir kommen sogar mit der Engine zuerst. Das gefällt mir sogar eigentlich. Ganz gut. Können wir noch ein bisschen bremsen, falls nötig. Und wir sind bei 3,5 Meter pro Sekunde. Da sind wir echt safe. So. Wir kriegen sogar genug, genug Strom von der Sonne, damit uns das Electric Charge nicht ausgeht. Wenn man gespannt, wie viel Science es gibt. Und wenn das nur 60 Science gibt, dann ist das echt jämmerlich. also. The Plants go towards Windows seemingly forward for the home belong. Data size 2 2 mit 2. Ich befürchte, dass sie gibt insgesamt 120 Science. Das wäre jetzt nicht die Welt. Hat sich dann ja irgendwie nicht wirklich gelohnt. aber schauen wir mal ein. So. Ja, komm, wir haben noch 120 Meter bis zum Boden. Vielleicht am Ende noch ein bisschen bremsen. Just in case. insofern wir da irgendwie mal heil runterkommen. Insofern wir da endlich mal runterkommen. Wir sind echt langsam unterwegs. So. Na? Wird es heute noch? Okay. Okay, zu spät. Hat ja alles supisch funktioniert. Okay, wie viele Getülle haben wir verbraucht? 2,5 Liter nur. Also viel zu viel rumgeschleppt. Okay. We cover! 120 wird es geben. 2 Data, also 2 Einheiten und jeder 160 Science wird 120 geben. Nein, es gibt insgesamt 60. Blub. Toll. 60 Science, das ganze Theater. Naja, ich weiß ja nicht. Lohnt sich ja nicht wirklich. 60 Science, das ist... Bringt einem nicht wirklich was. Sagen wir mal so. Naja, gut, das soll man machen. Wir nehmen noch eine kleine Fury. Tank und dann werden wir mal Richtung Duna fliegen. Duna? Duna? Dres? Eve? Was könnten wir nehmen? Mal gucken, wir können ja mal schauen, was wir in Verträgen holen. Weil ein bisschen coole wäre, trotzdem gut irgendwie anschaffen würden. Build Surface Outpost und Minimus. Science Data von Space und Moon. Explore Duna, Explore Ike. Ach, du musst nur drauf landen, ne? Duna und Ike, ist Ike der Mond von Duna? Nee. Gilly ist der Mond von Duna, oder? Lass mal sehen. Eve, Duna. Und Duna hat ein Mond namens Ike. Das wäre gut, wir könnten eine, wir könnten den Vertrag annehmen. Kann man das eigentlich abgraden? Ist schon abgradet. Wir könnten den Vertrag für Ike annehmen. Was müssen wir machen? Achieve Orbit. Check. Data from Space. Check. Land. Check. Und Data from Surface. Und bei Duna müssen wir das genau das gleiche machen. Wieso gibt denn bei Duna deutlich weniger Kohle als auf Ike? Wie hat denn das gemacht? Oh. Guckt euch das an. Wart, vergisst Duna. Vergisst Duna. Aha. Perform Plant Growth Experiment in Orbit Around the Moon für zweieinhalb Millionen. Hm. Nach Ike und Duna zu fliegen würde mir ne, was würde das bringen? 400.000 und 300.000 sind 700.000. Und die Zeit, in der Zeit frisst mir Valentina oben im Orbit das komplette Futter weg. Nee, 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 nee. Wir fliegen mit der kompletten Space Station zum Mond. Oh ja. Das bringt uns zweieinhalb Millionen und 100 Science. Nur der Vertrag. Und das kostet uns ne Millionen. Guckt da mal. Failure 900.000. Wenn wir das verkacken, sind wir so blank, dann sind wir bei Null. Das haben wir den Spielstand zerschossen. Oi, 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 oi. Okay. Was müssen wir dafür machen? Launch a new experiment part, plant growth, bring it into orbit around the moon. Complete the experiment, return it with results inside to carbon and recover it. Okay. Stufe 1, complete experiment in orbit. Stufe 2, launch experiment. Stufe 3, complete experiment in orbit moon and recover to carbon. Okay, das nehmen wir. Expires in 4 Stunden. Das nehmen wir auf der Stelle. Der Typ ist super. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir Conduct Temperature Service of the Moon. Oh, nein. Da müssen wir diese speziellen... Nee, weh. Wir nehmen Science Data. Es gibt nur 40.000. Science Data from Space Around the Moon. Es gibt nur 40.000, aber wir müssen hier sowieso hin. Also nehmen wir das mit. Check. Okay. Huh, das ist ein 3-Sterne-Dinger. 3-Sterne-Effizienz. Also schwer auf Deutsch. Das Problem ist jetzt, unsere Space Station hat keinen Saft mehr. Also müssen wir Fuel hochschießen und das nicht wenig. Eieieieiei. Also gut. Sollen wir Command-Pod mitnehmen? Wir können Compact Command-Pod mit hochschießen. Wir brauchen kein Command-Pod. Das bringt uns doch nichts. Nee, nee, nee. Wir nehmen ein Drone-Core. Wir nehmen ein Drone-Core. Und... Und... Das Experiment. Wo ist es? Hier, Plant-Growth-Experiment. Blup. So. Und wir docken das genauso an... Wie wieder... Wisst ihr was? Wir können doch gleich die Space Station nehmen. Wo ist sie? Station Science hier. Und schmeißen die ganze Station weg. Und behalten nur den Prob-Core oben. Wir können das Ding hier, so wie es ist, behalten. Das funktioniert doch ganz gut. Das funktioniert gut. Damit kamen wir gut wieder rein. Ob das reicht, um nach Hause zu kommen, ist die Frage. Okay. Und wie bringen wir jetzt Fuel da hoch, damit das Ganze auch in den Orbit kommt? Das ist eine gute Frage. Wir machen so. Das kommt alles weg. Weg damit. So. Und jetzt... Ähm... Machen wir Fuel. Viel Fuel. Weil wir müssen das Ganze hier wieder auftanken. So. Hehe, nee, nee. Das wird instabil. Wobei... Viel bessere Idee, wie wir es damit... Boom! Das ist Fuel. Okay. Das nehmen wir. Dann docken wir das hier oben dran. Oh. Wie machen wir das jetzt? Weil wir müssen das hier abkoppeln können. Wir müssen das ganze Ding hoch... Abkoppeln. Irgendwie. Oh, ich weiß, wie... Wir machen eine Zwei-Stufen-Koppelung. Klingt kompliziert, ist es auch. Wir machen das so. Wo ist unsere... Wo sind unsere... unsere Koppeldinger? Hier. Clamp-Ordcon-Docking-Port. Äh, wir brauchen aber Mini-Docking-Ports leider. Weil Mini-Verbaut sind oben. So. Also. So machen wir das. Der ganze Tank... So wie er ist... So, ich hätte das hier, dass ihr das seht. Der ganze Tank... ...wird an die Space Station gedockt. Dann kommt das Fuel runter. Dann wird der ganze Tank abgedockt. Wir docken die Spitze ab. Der Tank kommt weg. Und die Spitze dockt wieder an die Station an. Den Tank schmeißen wir weg. Und wir fliegen mit der ganzen Space Station... ...richtung Moon. Reicht so ein Tank bis zum Moon? Mit der Poodle-Engine? Hoff mal, hä? Ah, das wird schon. Ah, das wird schon. Okay. Und wenn wir dabei sind... ...dann können wir ein paar Supplies mit hochnehmen. 1.500 kostet das Supply-Pack. Heilige Scheiße. Sind die Scheiße teuer. Wenn ich gewusst hätte, dass das Essen so teuer ist... Okay. So, ein bisschen Essen mit hoch. Wir wollen ja nicht, dass Valentino verhungert. Okay. So ungefähr. Müsste so funktionieren, oder? Ich meine, es hat schon mal so funktioniert. Ich würde mich zwar wohler fühlen, wenn wir die Flügel ein bisschen reduzieren könnten. Einfach gewichtstechnisch, die Flügel durch die Gegend... Wisst ihr was? Die lassen wir ganz weg. Und... Die Solarpaneele sind ein bisschen risikobehaftet, dass wir wieder falsch rum eintreten und wieder nichts sehen. Deswegen machen wir jetzt zwei Solarpaneele hier dran. So. Die wir so ein bisschen anwinkeln. Damit wir später, wenn wir wieder Eintritt, auch sicher Sonnenlicht haben. Wenn die mal gehen würden, so wie ich das will. Okay, so. So, damit haben wir zwei Stück. Das wird schon passen. Was ich aber auf jeden Fall brauche, ist ein bisschen mehr Fuel. Das ist... Weil wenn wir auf den Mondorbit kommen wollen, dann wird das nicht reichen. Wir nehmen so einen Tank. Ja, so einen Tank. So einen Tank. So einen Tank. Und so. Okay. Ist das zu viel? Ne, oder? Das wird schon passen. Wie viel ist da drin? 27 Liter sind im Orangen. 18 sind in... Wie ist das damit? So. Hm? Okay. Ich habe mir einen Docking-Port, einen Haufen Solarzellen. Eigentlich, wenn wir so viele Solarzellen haben... Dann machen wir doch so. Wir machen hier drei. Ja, drei geht bei diesem Docking-Ding zu schwer. Okay, dann machen wir hier zwei. Das reicht. So. Okay, zwei Solarzellen. Okay. Das müsste dann nach Hause kommen können. Hoffentlich. Fallschirme sind dabei. Füße braucht man nicht. Wir landen Sand vom Kippen um, wenn es sein muss. Okay. Batterien bräuchten wir, oder? Wäre nicht schlecht. Just in case, falls wir irgendwie auch in der Nacht landen. Üh. Wie hüte Gott. Machen wir so. Vier Batterien. Just in case. Ich will nicht das Experiment verlieren, wenn ich gerade wieder heimkomme. Okay. Reicht das Fuel? Wie viel haben wir denn verbaut? Wir haben einen von diesen Tanks verbaut. Und vier von denen. Das Ding hat 180 mal vier. Sieben, natürlich. Müsste passen. Also das, was ich... Dieser Tank passt komplett in die Station rein. Reicht das? Hoffen wir's. Hoffen wir's, hoffen wir's, hoffen wir's. So. Also gut. Dann nehmen wir noch zwei Struts. Und die fast... Damit fast platten wir das gute Stück hier. Vielleicht nicht durch die Fallschirme durch. Ne? Eigentlich wollte ich... Hab ich gesagt, nicht durch die Fallschirme durch. Vielleicht ein bisschen diagonal dann. Äh, warum hat das jetzt nicht zweimal gemacht, bitte? So. Okay. So. Station Science... Refuel. In. So. Safe. Okay. Äh... Ja, wie kommt das gute Ding aber jetzt auch noch in Orbit? Dafür wäre eine... Eine Engine nicht... Nicht schlecht, oder? Dann brauchen wir wieder ein bisschen mehr Fuel. Hm. Okay. Dann machen wir... Machen wir ein bisschen mehr Fuel dran. Schadet ja theoretisch nicht. Und dann hauen wir zwei Pool Engines dran und dann passt die Sache. So machen wir das. So. Das hier. Müsste reichen. Zwei von denen da. Oder? Nicht sicher. Nehmen wir drei. Just in case. Drei Stück. So. Drei Stück mit drei Terrier Engines. Die kosten ja nicht die Welt. So. Okay. Haben wir drei. Dann... Dann... So. Absichtlich keine Verbindung. Wir wollen den Tank ja nicht leer saufen. Und dann kommen unsere patentierten Booster zum Einsatz. Und dann müsste die Sache auch schon stehen. Hoho. Dann sind wir hier. Kickback Booster. Dann kommt das Ganze mal ein bisschen... Warte mal. Lassen wir es auf der Höhe. So. Hoppala. erst Trust Limiter auf... Trust Limiter auf... Was hat man? 70%. Dafür nehmen wir zwei davon. So. Okay. Nasen. Dann machen wir andere Nasen. Oh. Wir haben diese Nasen. Wir nehmen die da. Die sind bestimmt viel besser. Sind teurer. Dann müssen sie auch besser sein, oder? So. Okay. Hey. Wird das reichen? Die sind doch nicht so schwer, oder? Was wiegen wir? Uh. 170 Tonnen. Naja. Gut. Was soll man machen? Also. Flügeln. Check. Struts. Check. Struts in die Mitte. Check. Fallschirme. Für Stage Recovery. Aber wenn das funktioniert, haben wir 2,5 Millionen verdient. Oh ja. So. Also 6 Booster zünden. Gut. Booster koppeln ab. Und Fallschirme zünden. Check. Das hier bitte nicht. Nein. Aber was wir wollen, ist zünden der Terrier Engines. Diese hier. So. Okay. Und dass die Kappeln der Nase, das machen wir irgendwann. Unterwegs. Das ist jetzt nicht so die Welt. Okay. Und weil ich ein bisschen gierig bin, werde ich versuchen auch die. Diese Stage hier zu recovern. Nicht ganz sicher, ob das funktionieren wird, aber wir hauen einfach mal 3 Fallschirme drauf. So. Diese 3 Fallschirme. Werden wir zünden. Irgendwann. Okay. Das müsste passen, oder? Wir sind gut verstrattet. Dann schauen wir mal. So. Safe. Wir haben ein bisschen Essen für die Valentina dabei. Wir haben Fuel dabei. Wir haben das Science Experiment dabei. Oh, das wird gut. Oh, das wird gut. Also. Safe und Launch. So. Jetzt müssen wir uns nur die Valentina schnappen, was nicht so simpel ist. So, so ein Orbit Capture. Nee. Und es ist dunkel. Wisst ihr, was warten wir bis Tag ist? Tag. Tag. Auf Kermit vergeht die Zeit so ultra langsam. Ah, das ist der Mond. Da ist der Mond. Da will ich hin. Da, da, da. Gut. Es ist Tag. Also gut. Start in. Fahr weg rein. Drei, zwei, eins. Feuer. Bisschen zögerlich. Bisschen zögerlich. Bisschen sehr zögerlich. Komm, jetzt bewege dich langsam mal. Hopp, hopp. Musstest du langsam gehen? Ich bin echt langsam unterwegs. Wir müssen da eine kleine Änderung vollbringen. Wir brauchen mehr Fuel und mehr Schub. Mehr Fuel, mehr Schub. Mehr von allem. Also die kommen hier weg. Und was wir machen werden, wir werden... Wir werden so machen. Wir nehmen uns... Ah, die haben schon gepasst. Wir brauchen aber vier davon. So. Vier ist besser. Und dann, um sicher zu gehen, haben wir jetzt noch mehr Fuel drauf. So. Okay. Und dann verschieben wir alles ein bisschen nach unten. Nur minimal. So. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Ein bisschen hoch. So. Und jetzt werden wir auch vier von den Boostern nehmen. So. Okay. Das müsste funktionieren. So. Das speichern wir. Und... Beim nächsten Mal. Und dann geht's dann ab nach oben. Und dann geht's dann ab nach oben.